Eure Aufgabe ist es, den Schulgarten und Teilbereiche unseres Schulhofes mit einigen baulichen Maßnahmen zu erweitern bzw. zu verschönern. 17.07 Uhr sind jetzt schon vorbei und ihr habt euer Projekt geschafft. Ich finde es toll, was ihr gemacht habt. Ich hoffe, dass ihr am Ende dieses Wochenendes das Gefühl habt, dass eure Schule noch ein bisschen mehr eure Schule ist und dass eure Freunde noch ein bisschen mehr eure Freunde sind. Es ist heute Nachmittag mal spitze. Danke auch unseren türkischen Mitbürgern dafür. SWR 3, 72 Stunden Radio. SWR 3, 2020